Hallo, ihr Volkes. Willkommen zum Pleasure Gaming-Kanal von Don Rico Fierabiertz. Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Ich muss gerade den Salten noch runterdrehen. Es ist verdammt laut. Die Nachrichtung der BeschlightsенсIEL war. Er boutst war mit dem Jeitste. Und du bist ein Hüter. Gilliöf é im Hüter. Tag. Ich glaube, es gibt einen Singleplayer-Modus, aber ist das immer PvP? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenzen. Okay. Was ist denn da los? Aber nicht, dass du da immer irgendwie gegen einen anderen fighten musst. Ah, nicht gegen einen anderen. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Also, wer hat sie gerade noch am Aufnehmen gehabt? Ah, alles kaputt. Oh, shit. Heimkehr, verteidige dein Zuhause. Oh, je. Ah, oh. Ich habe keinen Platz, was ich machen muss, bevor ich irgendetwas verbrannt habe, oder irgendjemand hat auf mich geschossen, oder jetzt auch nicht. Wo sammle ich Munition auf, je nachdem? Oha! Ich muss die anderen salzen. Hey, ciao! Dicke Rüstung, noch dickere Waffen. Riesige Weltraumnashörner. Erledige sie. Keine Zeit für Fragen. Äh, was habe ich jetzt gemacht? Äh... What I'm doing? Ich bin jetzt abgeschockt. Das meditiere ich. Streich... Streich kreuzgegen runter. Streich kreuzgegen runter. Ja, rechts habe ich. Streich kreuzgegen. Streich kreuzgegen. Siehst du mich, oder was? Aha! Streich kreuzgegen. Äh... Ich bin gar nicht in Deckung. Oh! Das war eine Granate. Streich kreuzgegen. Ha! Das war eine, leuchtet's grün. Okay. Was ist das? Hier, Commander Zavala. Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Pyta, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, ihr zwei. Eine Sekunde. Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich? Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wirken kurz, Ostate. Hier drüben. Ja, danke schön. Dadurch wirst du über den Hangar zur Piazza gelangen. Ich kümmere mich um diese Leute. Wenn die Kabale Krieg wollen, dann geben wir ihnen Krieg. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt. Geh! Geh! Evakuierungsbefehl 77 ist aktiv. Das ist keine Übung. Alle Zivilisten melden sich sofort in den jeweiligen Evakuierungsbereichen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Locken! Bleib innerhalb des Schiffs! Noch mehr Rot-Legionäre! Zeig ihnen, was ein Hüter ist! Zawala! Das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit die Korra. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Locken! Vorsicht! Ich bin jetzt da bei der Putz Drohne. Aufgrund der Sprecher! Turn Nord! Huh? Ikora! Der Sprecher ist weg. Oh, Linkjus. Ihr werdet nicht mehr gewünscht. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja! 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 Wir hängen der Fisch! Ja! Ja! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Soll ich dich mitnehmen? Ja, ich mache mit. Jetzt bin ich im Chef. Ich mache mit mir. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptchef. Jetzt! Mhm. Halt dich gut fest! Komm schon, bitte. Und ein Himmels. Okay, Hüter. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Hm, find's. Ja, das ist echt lecker, ne? Wo bist du jetzt so schon drüber? Ja, okay. Okay. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem Ziel. Nein, ich habe einen Purana-Log. Dann machen wir dieses Chip-Platt. Ich lege auf den. Ich lege auf den. Ich lege auf die Konsole. Wir können da Baupläne finden. Okay. Der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. leser. Also könnte es eigentliche numa roll Stand zust. Ich lege auf die Kon Erdeten lande erlang. Okay. Okay. Okay.